Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass so viele von euch gekommen sind. Wir haben eigentlich mit so vielen Leuten nicht gerechnet. Wir haben aber gedacht, wir nehmen lieber mal einen kleineren Raum und sorgen dafür, dass der voll wird. Das ist ja auch so. Es soll heute Abend gehen um die Verbrechen der deutschen Wehrmacht in Griechenland. Wir haben ein paar Leute eingeladen und ich möchte euch gerne unsere Gäste begrüßen. Das ist einmal Sarandos Herdoropoulos aus Athen, Anwalt, Kollege. Dann zu seiner Linken Janis Dathras. Janis ist Syriza, geordnete aus Distomo, einem der Orte, wo eines dieser Massaker der deutschen Wehrmacht stattgefunden hat. Dann haben wir Christina Scamulli. Und er vertritt die Opfer von Distomo, wenn ihr das richtig seht. Und dann haben wir noch Aristomendo Sigelakis. Da weiß ich leider die Funktionen nichts. Mit wie das Nationalrat. Mit wie das Nationalrat. Von Janos Masakus. Okay, die sich mit der Feststellung der Entschädigungsforderungen beschäftigt. Und heute Abend wird Trian Daphila übersetzen, weil einige von den Gästen nur Griechisch sprechen. Und ja, dann. Danke. 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 Also, zuerst vielen Dank für die Einladung dieser neu gegründeten Gruppe und natürlich der Porta Berlin-Reformat. Für uns, in Briechenland, haben wir zurzeit schwere Zeiten. Aber sie sind schöne Zeiten. Aber sie sind schöne Zeiten. Weil es zu einer wende, zu einer veränderung kommt. Diese Initiative hat von unseren Lehrern begonnen, von der ersten Veranstaltung in Hamburg, damit sich Gruppen von Deutschen bilden, damit die Verbrechen der Wärme auf den Griechen verkannt werden und zu unterstützen, dass die deutschen Präparationsförderungen unterstützt werden. Das Problem, das sich zurzeit stellt, ist nicht ein Griechenes Problem, sondern ein Klassensproblem. Und er wird es klar stellen, als die Vorschläge, dass die höherverdienenden besteuert werden, und die gewinnbringenden Unternehmen. Sie haben sofort reagiert und haben gefordert, dass diese niedriger werden. Sie haben gefordert, dass die Renten geführt werden, und gerade auch von Renten, die sehr wenig an der Renten erreichen. Und wir müssen nachvollziehen, dass die Reparationszahlungen, die wir fordern, für die Weihnachtsverbrechen, dass es sich um über die Jahre hinweg ein Klassenkampf handelt, weil auch damals die Arbeiterklasse dafür gerade stehen musste. Und es muss klar werden, dass jeder der Verbrechen gegen die Menschlichkeit beginnt, und dass es sich um die Zeit zu verabschieden ist. Das ist auch die Botschaft, die wir durchbringen wollen. Auch heute werden solche Verbrechen verübt. Vielleicht nicht in dem Maße wie im Zweiten Weltkrieg, aber wir denken, wie hoch schon die Zahl der Selbstmordkraft in Griechland wegen der Krise ist. Es ist ungefähr die Zahl dreimal so hoch wie die Opfer von Wistoma. 30. 30. 30. 30. 30, ja. 30. 218 waren die Toten in Griechland. 27.000 waren in Griechland in Griechland. Heute sind es um die 7.000 die Selbstmorde wegen der Krise. 30. 31. 32. 31. 31. 32. 34. 37. 39. voter trên el С политiv이어方 humanistische 30. 40. von der Parlaments-Präsidentin und der Parlaments-Kommission für die Reparations-Salonungen. Sie bedanken sich für die Solidarität, die hier gezeigt wird, für das Unternehmen, dass es eine Forderung von allen ist und nicht nur von Griechenland. Und ihr kennt das, ihr wisst das besser als er. Das steht dort, die in Deutschlandkirchen, die in Deutschlandkirchen, die in den Nazis. Dass das nicht behauptet wird, dass das deutsche Volk schuld ist. Dass das hervorgegangen ist von der bürgerischen Klasse Deutschlands. Und deswegen sollen die deutschen Unternehmen, wie Siemens, wo wir das mehr analysieren, wird sich herausstellen, dass neben jeder Konzentrationslabe ein großes Deutschunternehmen war, was daran verdient. Also, wir haben nichts gegen das deutsche Volk, außer dem hat das deutsche Volk auch den Nazis gelebt. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich sehe euch an und denke, und das gefällt mir sehr gut, weil ich dieses Bild kenne aus meiner Organisation, weil in euren Augen die Hoffnung sich wieder spielt. Aber wahrscheinlich erinnert ihr auch euren Großvater, Großeltern. Und wenn ich heute den Berliner schlender hatte, habe ich eine Sache verstanden. Es gibt etwas, was es gibt, was die Menschen, die Hoffnung in ihren Augen haben, verwandeln in Menschen, die das Grauen in ihren Augen haben. Es ist etwas, was nicht körperliches, sondern etwas, was aus dem Geist kommt. Ja. 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 Und wir vergessen auch das, was der Venosa ja anders gesagt hat, dass in der Welt es sich um Klassenunterschiede geht und dass die Klassenunterschiede das Grauen verursachen. Die meisten von euch haben das Wahrscheinlich schon einmal gelesen. Das ist die 19. Thäse des Politischen Programme von Drexler. Warum hat aber eine eigentlich sehr sachliche Aussage eine Beziehung mit dem römischen Recht und das, was wir jetzt hier bald im Folgenden sehen haben? Die großen Basen eurem Flammen. Sie haben das, was wir heute als das deutsch-römische Recht nennen. In den 1930en Jahren hatte das deutsch-römische Recht nicht eine ideale Welt geschaffen. Aber grundsätzliche Rechte wurden respektiert. Es konnte jeder Eigentum besitzen, aber auch Persönlichkeit. Und das römische-deutsche Recht hat auch etwas anderes geboren. Ihr habt in Berlin einen Platz, den Savini Platz. So. So. Die Savini, die Savini, mit dem Grotius, sind die Babades eines anderen Bereichs, die das Germanische Recht verwendet hat. Das Recht des Krieges. Das Kriegsrecht. Und so. Und so der Verrat des deutsch-römischen Rechtes. Und so. So. Das war jetzt notwendig, um meinen Einstieg zu machen, aber keine Angst, er wird nicht mehr so viel sprechen. Also. Pater立at zum Folien. Okay. From the first day where the Kriegs Union in Belgium in Greece we have to be able to establish this number of the war. We have also the first practice of the Illinois Union. And the first step after, as you can see within this photo of a cellar in Thessalon pronunciast, wo es leut die Evere in eine anempfittimitiv. Von den ersten Tagen die Wehrmacht nach Griechland einzieht, wird das Kriegsrecht nicht respektiert und es beginnt die Plömerung und wie man sieht hier in einem Kaffeehaus in Saloniki. Das ist eine Tiefung. Ja. Das ist ein Traktik, wo wir prühen, dass die Evere, die Germanie nicht hat, wie es an uns, wie es an uns, als die Evere. Das ist ein Traktik, das ist ein Traktik, das ist ein Traktik, das ist ein Traktik, das ist ein Traktik. Er hat jetzt noch hinzugefügt, weil er sehr oft das Klassenproblem auch hinweist, dass viele Juden, die in Schlüsselpositionen saßen, nicht sofort umgebracht wurden. Das ist ein Traktik, in Schlüsselpositionen. Das ist ein Traktik, das ist ein Traktik, das ist ein Traktik. Das ist ein Traktik, das ist ein Traktik, das ist ein Traktik in der Olimpia. Ich habe wahrscheinlich schon von dieser SS-Division gehört, was ihr wahrscheinlich, aber noch nicht gesehen habt, ist dieses Bild, dass diese Division gerade im alten Olympia, die kann? Eine Teletie Nazistik ist in der Olimpia. Eine Nazi-Ritual in der Olimpia. In der Olimpia. Das ist ein Traktik, das ist ein Traktik. Aber das Bild an sich spricht für sich selbst, also an sich ist eigentlich... Eigentlich. Eigentlich. Das ist ein Traktik. Ja. Ja. Das ist doch. Ja. Teil struggled. Die überall war, irgendwelche sind. Unterstützt von solchen A؟ Ja. Wie waren die Teletie Wie heißt dieses System? Das Abwassersystem. Es gibt noch eine sehr traurige Sache, weil sie sind mit ihren sehr schweren Panzern da eingedrungen in das alte Olympia und haben da und durch die Schwere ist, hat der Boden nachgegeben und dadurch wurde zerstört das bis dahin noch existierte alte Kanalisationssystem von den alten Griechen. Über solche Zerstörungen konnte er sehr viele Beispiele nennen und lange darüber reden. Seit 1946, der Griechen Staat, der eigentlich damals schon zerstörte Griechen Staat, hat in 160 Seiten in einem Wutachten, wo in diesen 146 Seiten der Raub, die Zerstörungen aller antiken Kulturgöter aufgeschrieben ist. Und nicht nur den illegalen Griechen. So hoch auch der Preis ist, den die griechische Kultur gezahlt hat, umso höher ist aber der Preis, den die Menschen bezahlt haben. Ja, viele von euch haben wahrscheinlich diese Bilder gesehen, von den massen Erschießungen in Kulturgöter oder in Kandan und so fort. Diese Menschen haben einen hohen Preis bezahlt, weil sie etwas selbstverständliches Staaten haben. Sie haben ihre Heimat verteidigt. ohne dass ihr ein Militär es ihnen aufgelegt hat. Kein Staat, weil der Staat zusammengebrochen war. Kein König, weil er abgehauen war. Kein König, weil seit 1936 die König der König der König der König war. Das hat dazu geführt, dass eben ein Volksverteidigung organisiert wurde. Der große Friedriches realistisch ist der Ausbrechen, der Kein König der König der König des König der König der König der König des König der König der König von der König von Bonaparte. Wahrscheinlich haben die Kreter das getan, als der große Friedrich, beim Einmarsch von Napoleon in Berlin. Nehmt was erhaftet, ob es jetzt ein Spaten ist oder ein Gewehr und verteidigt euch. Das, was für euch ideal war, wurde uns abgesprochen. Wahrscheinlich hatten sie Angst vor dem, wenn ein Volk sich organisiert und in den Kampf zieht. Auch das war unbegreiflich. Und es waren nicht nur die Gruppenhinrichtungen. Es wurden auch einzelne hingerichtet, wie hier von Dimitris Drosaki. Ja. Die Geschichte ist bekannt. Wir möchten euch hier noch einige Beweismittel in die Hand geben. In den Archivien. Kürzlich, damit ihr antworten könnt, όταν κάποιοι σας λένετε, die die Hellen für die Bewerbung überwinden können, damit ihr denen antworten könnt, die euch sagen, dass das, was die Griechen für die deutsche Bewerbung, dass es völlig übertrieben sei. Die Menschen, die an diesem Massaker eine Hauptrolle spielten, die auf die Mitte, in der Mitte, mit den größeren Bewerbung überwinden, die auf die Mitte. Die sind mit ganz großen Problemen, mit großen Auszeichnungen, geäert worden, und nachdem sie, nachdem sie in wenigen Tagen ungefähr 2.500 Kreta ermordet hatten, Dann wurde Griechland in drei Besatzungszonen aufgeteilt. Die Italienische Besatzungszone, die Germanische Besatzungszone, ein Teil mit größter strategischer Bedeutung und die Vulgarischen, in der Vortragische Besatzungszone, in der Nordrhein-Westfalen, damit ein weiteres Fasistische-Ethnisch-Galloideatismus damit noch ein großer Fasistischer Ideal. Du Vulgarisch-Fasistisch-Kadestotus, du Vasiljär Voris und du Pr. Filow. Des vulgarischen Fasistischen Regimes des Präsidenten... Pr. Filow. des Ministerpräsidenten Filow und des Königs Boris. Pr. 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 Er sollte sich selbst tragen, selbst finanzieren, selbst tragen sein. Die Germanische Reich ist die Stadt, die sie seit 7 Jahren waren, von 1939 bis 1945, 6 Jahren. Das Deutsche Reich, das 6 Jahre Krieg führte. Und die Mehrheit, die in den sozialen Verlangen waren, war weniger als 15%. Die Minderung des Inlandseinkommens oder Produkt war weniger als 15%, obwohl eben sechs Jahre Krieg geführt wurde. Im Gegensatz zu Griechenland, sie ist mit einer Wirtschaft 18 mal kleiner als die deutsche Wirtschaft in den Krieg eingetreten und als der Krieg zu Ende war, war die Volkswirtschaft 52 mal kleiner als die Deutschland. Schon allein im ersten Jahr ist 65% des Bruttoinlandsprodukts verloren gegangen. Im ersten Jahr der Besatzung. Und im Moment 25%. Es wurden nicht nur Besatzungszonen, sondern auch Wirtschaftszonen. Das hat eine große Bedeutung. Weil die Produkte, wenn man so diese roten Linien sieht, die konnten von einer Zone in die andere nicht wandern. Se ποιον αρέσει der Strudel? Er macht Strudel. Ja. 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 Das hat Grieche Rosinen zum Beispiel. Er hat Grieche Rosinen zum Beispiel. Er hat Grieche Rosinen zum Beispiel. Er hat Griechenland zum Beispiel. Er hat Griechenland zum Beispiel. Er hat Grieche versucht. Er hat Grieche geklödigt. und eine Schleака gelannen der Flutung, weil er muss nicht gewinnig sein. Er hat Griechenland zur Erachtung. als das natürliche Süßungsmittel, weil es auch keinen Zucker gab. Also es war möglich, dass ein Kind in Athen daran starb, dass es eben Süßmittel brauchte, aber es konnte nicht aus Patras nach Athen, konnten eben Korinthen eingeführt werden, weil der Kommandeur in Patras es nicht erlaubte. Das ist eine andere Möglichkeit, die Griechen damals zu überraschen. Das ist ein Geldschein ohne Werk. Ja. 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 So brauchte er keine Schuldscheine auszugeben, wenn er etwas nahm. Ja. So hat sich auch die Bevölkerung am Anfang nicht darüber, die hat nicht protestiert, weil sie immer bezahlt, es bezahlt bekam. Ja. Und später eben es bezahlt, also das Schuldscheine. Und außerdem wurde auch nicht registriert, wer was wohne. Ja. 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 nicht nur die Besatzer in Griechenland, sondern das Afrikakon. Wir wissen aus deutschen Quellen, dass nur in den ersten 6 Monaten der Besatzung ungefähr 111 Eisenwagen und zwei Schiffe von G6 werden aus dem Land nach Deutschland exportiert, ohne irgendwelche Unterlagen. Als wir nicht wissen was, also wir wissen nur wie viele Tonnen, aber was die anderen. In den 30er Jahren die Germanie war der wichtigste Wirtschaftspartner Deutschlands. Das hat damit zu tun, dass in den 30er Jahren Griechenland der wichtigste Wirtschaftspartner Deutschlands war. 40% der griechischen Export gingen nach Deutschland und 80% des Tabak-Exportes und es gab sehr viele Wirtschaftspartner in Griechenland. Ihre Verchaftspartner die Wernmacht nachdem die Besatzung eingetreten ist. Sie sind vom Wirtschaftsvertreter, mit der Wehrmacht mit der Wehrmacht-Uniform, mit der Wehrmacht-Uniform. Und was Sie vorher einkauften konnten Sie jetzt einfach sich nehmen. Und vor allem Sie wussten wo es das gibt. Wenn wir danach eine Diskussion führen, kann er uns auch Namen nennen. Diese Situation hat zu einer Überinflation geführt, das ist der dritte größte in der Menschheitsgeschichte. Die Produkte bekamen so einen hohen Wert, dass Sie keiner kaufen konnten. Diese Situation wurde nochmal erschwert durch eine systematische Plönerung. Mit der schwarzen Blüten. Und sie hat eine Fein, die 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 Koste, das ist in der Englisch-Universität, das ist noch nicht der 55% des Aufholen des Schweiz. 55% des Bevölkerungsverlustes in Griechland während der Besatzung, im großen Teil kleine Kinder oder auch Babys und Männer zwischen 18 und 55 Jahren. Und 30% des Bevölkerungsverlustes liegt daran, dass eine unter... Unter Ernährung. Nicht unter Ernährung, sondern unter Ernährung. Die Griechland ist das einzige Land auf der Welt, das nach den 3,5 Jahren deutsche Besatzung hat weniger Bevölkerung als zu Beginn der Besatzung. Wenn man manchmal auch über die Schulen Griechlands reden und auch darüber, dass das Rentensystem so Schwierigkeiten hat, sollte man überlegen, wie viele 550.000 Männer an Kindern hätten noch geboren können. Gebär. Ja, oft war es eigentlich über das Besatzungsdarling. Das ist bekannt, deswegen würde ich nicht sehr darauf eingehen. Ich werde Ihnen nur ein Satz vorlesen, das euch an vieles erinnern würde. Aber diese neue Regelung wird die Griechische Regierung unterstützt. Das ist nicht die Angela Merkel von 2014, auch nicht Schäuble. Das ist vom Deutschen Reich 1942 im März ausgesprochen worden. So, wie unsere Vorfahren ihr Leben geopfert haben, aber widerstanden sind, so werden wir in diesem Geiste uns Widerstand leisten. Zumindest ist der Hunger zur Zeit nicht so groß und wir sehen nicht unsere Kinder sterben. Damit dieses Besatzungsdarlehen ausbezahlt werden können, werden auch andere Regelungen getroffen. Und wie diese Vereinbarung dieses Clearing-Kontos. Also, um das jetzt zu erklären, also früher hat zum Beispiel die Griechland an die DDR Orangen verkauft. Und hat davon Trabant bekommen, also nicht Geld. Wie sein Vater gefahren hat. Wie sein Vater, eben. Wie sein Vater, eben. Das ist ein Mechanismus, der auch in der Besatzungszeit war. Ja, aber nur dort wurden die Portokalien in Deutschland. Nur damals war es so, dass die Orangenen von Deutschland kamen. Aber keine Trabanten zurückkam. Und so? Das heißt, in Deutschland ist das dann aufgeschrieben worden. Also, so viele Tonnen, sage ich mal jetzt, wie er gesagt hat, Orangen. Und dann wurde aufgeschrieben, das ist dieser Wert und das wird irgendwann mal bezahlt. Und so ging das immer weiter. Das ist dieses Clearing eigentlich. Diese Clearing-Konten. Das wurde immer nach dem Krieg, wird das dann bezahlt. Wir werden jetzt zu dem Teil kommen, der eigentlich zu dem schwierigen Teil gehört. Fantastete, Moskati. Aber denke, ich muss euch mal vorzustellen. Ja. 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 Das steht in der Petrida vom Janijtustathass. Oder in der Heimat, dem Dorf von Janijtustathass. Alla, wie ich so erlebt, вдруг ligger 515 Josefeg, die z Guilden facialen sterben, répand zu. Das ist eigentlich auch die großartigkeit des Faschismus. In jener Zeit in Riechbleich gab es ein einzigartiges Phänomen in der Geschichte des Zweiten Böden. Die griechische Nationale Widerstand die aus den Anfang des Januar 1943 bis zum Ende des Mai 1943 die allein vom Januar 1943 bis Ende des Mai 1943 bis zum Ende des Italien in dieser kurzen Zeit die italienischen Besatzern zurückjagen und dort in diesem Berg gegen Gebiet Griechenlands hat dann, also in dieser kurzen Zeit und dort konnten die italienischen Besatzern des Landes verwiesen werden und in diesem Gebiet im Berggebiet ist ein freies Griechenland gebildet worden. Die Italiener sind von der Provinz dann weggegangen und haben sich in den Großstädten verschenzt und in diesem Gebiet und in diesem Gebiet konnten auch die Deutschen später nicht einnehmen in das freie Griechenland. weil man den Partizan-Kampf unter 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 photاه þning unter 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 Leib unter 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 Das hat damit begonnen, dass die Brücke von Gorbopold damos gesprengt wurde, dann sehr große Streiks und große Demonstrationen und es kommt zu einer Wende des Zweiten Weltkrieges, die noch von zwei anderen wichtigen Ereignissen beklatet werden. Die Niederlagen El Alamey und die Niederlagen Staligra. Und wegen des nationalen Widerstandes all das, was das Institut von Kiel ausgerechnet hat, was es von Griechland ausschöpfen könnte, wie man hier auf dieser Tafel von dem Buch von Konstantin Duxiadi und das Staligra. Es schafft der nationalen Widerstand, dass diese Ausfuhr nach Deutschland gestoppt werden. Wenn Sie in der Geschichte können Sie nachlesen, gibt es viele Deutsche und auch Britische Historiker, dass ein großer Faktor, dass Deutschland den Krieg verloren hat, und die Älterpläne wird. Ja. war der – – der – – der Romaterial. Ja – Und das Sie nicht Romaterial hatten. Also – Das Fehlen an Rolstoffen. Und das ist der große Beitrag des griechischen Nationalen Widerstandes im Zweiten Weltkrieg. Aber man hatte ausgerechnet, dass der Beitrag der Wirtschaft Griechlands ein anderer sein sollte. Und was die Italiener nicht schaffen? Es kommt die grausamste Division nach den Niederlagen in Stalingrad. Und es beginnt die Gruppenhinrichtung. Die Straflage oder eben auch die Verpflichtungslage. Ich habe das jetzt nicht mit Käfig überlegt. Weil es um Geisel wird. Das sind Geisel und die wurden in so Käfigen gesteckt. Und diese Käfige wurden am Anfang eines Zuges gestellt. Damit die Partisanen keine... Was sind Arkes? Es sind keine Überfalle? Nein, nein. Nicht Dynamite. Nicht Dynamite. Sprengfallen setzen. Und damit sie auch nicht angreifen. Ja, weil diese die Verpflichtungen von oben dynamieren. Ah. Ja. Ja. Ihr habt verstanden. Also Zug mit deutschen Zügen oder eben der Reichsbahn, die sich da bewegten, als feindlich. Damit diese weder angegriffen werden, noch Minen, die Partisanen Minen stellen, hatten sie dann die Geisel, die Partisanen Geisel benutzt. Und in so einem Käfig vor einem Zug gestellt. Und unter dem Käfig war Dynamite. Das heißt also, auch der Angriff war damit abgewertet. Jetzt sind die Angegnote Epizesi. Der Axiomatiker in der Sphärmacht, mit dem Dipplas, mit dem Dipplas, mit dem Dipplas, mit dem Dipplas. Also wenn die Partisanen eingreifen sollten, dann konnte gleich der Offizier diesen Wagen in der Luft sprengen. Und einige Menschen haben die Angst dieses Todes erlebt, oder? Mühlen. Über viele Monate. mit dem Wagen in der Schweiz. Die Geisel. Die Wagen. Und der Frühjahr. Die Nacht. Mühlen. Die Menschen haben über Monate hinweg in solchen Käfig, verbracht, ob jetzt nur im Winter, im Regen oder in der heißen Sonne war. Dieses Bild zeigt, wie in städtischen Gebieten die Menschen terrorisiert werden sollten. Für ihn ist nicht das Grausamste, dass dieser Mensch dort hängt. Für ihn ist das Grausame, dass ein Kind da vorbeigeht und es scheint so, dass es zu einer Normalität geworden ist, dass es das Kind auch nicht mehr berührt. Also dass man sich auch an die Grausamkeit gewöhnt. Eine ganze Generation von Griechen ist so aufgewachsen. Das ist der... Das ist der Kommandant der Gebirgse Vision. Das ist der Kommandant der Gebirgse Vision. Das ist der Kommandant der Gebirgse Vision. Die Griechen... Die Griechen... Die Griechen... Die Griechen... Die Griechen... Die Griechen... Weil Griechen... eine deutsche Festung war. Eine deutsche Festung war. Die Griechen... 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 Der Opa war der Militär von König VIII und der Orenkel verbringt Kallavritter aus. Der Orenkel ist ein Befehl des Ur-Opa als Er-Minister Griechland. Das sind die Kallamäna Kallavritter. Das ist das Rechte Bild. 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 Das Rechte Bild. Jetzt kommen wir zum Distoimo. Zum Distoimo, ich will nicht viel sagen, aber ich möchte etwas über das Einbläben dieser Vision sagen. Das ist das Rechte Bild. Das ist das Rechte Bild. Das ist das Rechte Bild. Dieses Zeichen taucht in der Ukraine wieder auf. Diese, diese, manche von denen unterstützen eben die demokratischen, in Anführungsstrichen, demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine. Das ist das Rechte Bild. Das ist das Rechte Bild. Die mit diesen Fahnen, mit Fahnen heute demonstrieren, die dieses Zeichen tragen. Und es ist das Zeichen der Division, die Kalavritter. Das ist das Rechte Bild. Aber auch wenn diese Leute 150 Prozent kriegen sollten bei irgendwelchen Wahlen, er kann sie nicht unterstützen. Wenn man sagt, dann folkes Wille, ne? Ja, wir sehen uns auch die Fotografie aus dem Zeitpunkt des Epochers. Viele aus dem Zeitpunkt der Zeit damals. Der Zeitpunkt hatte sogar Glück und Unglück. Der Zeitpunkt hatte sogar Glück und Unglück. Also Glück und Unglück. Weil Wichtum ist zumindest zu der Zeit schon über das Live-Magazin in der ganzen Welt bekannt geworden. Also das Massage von Wichtum. Und wir sagen, dass wir Glück haben. Ja, weil wir Glück haben. Denn in der Zeitpunkt der Zeitpunkt war ein Autokinitus. Ganz einfach, weil zu der Zeit waren die Straßen gefahren, weil das ein Auto nach Wichtum fahren konnte. Ja. Denn in Kalabritus konnte man nicht mit dem Auto erreichen. Und nach Kreta fuhren keine Schiffe. Ja. 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 Den Griechen all das passiert ist, weil sie die deutschen Kräfte störtte. Die Friedenslebenden Nazis, die nach Riechland kamen um Urlaub zu machen, die nach Riechland kamen. Und als der Urlaub zu Ende gehen würde, würden sie genauso freiwillig wieder weggehen. In der ganzen Weltgeschichte gibt es nicht die Verkettungsmaßnahmen. In den größten Bereichen, die in England waren, waren die Mehrheit und die größten Bereichen, die in den größten Bereichen waren. Und in den größten Bereichen, die in den Bereichen, wie diese in den Bereichen. In 1946 sind Bücher erschienen, wo über all diese Zerstörungen berichtet wurden. Hier kann man ein Foto sehen, von völlig zerstörten Ort von Griechenland. Das ist die Mähegge von Korinth. Das ist die Mähegge von Korinth. Die ist eine Woche bevor die Wehrmacht abzog, ersprängt worden. Die Obdachlos. Die Obdachlos. Die Obdachlos. Die Schrift der 20-1946. Die Aufmerksamkeit, die in diesem Buch von 1946 beinhaltet ist. Sie sollten die Karte behalten, die Gruppe. Und wenn jemand an das, was ihr sagt, könnte ihm diese Karte überzeugen. Und diese roten Punkte, das sind die 1770 Orte, die während der Besatzungszeit zerstört wurden. Ungefähr so viele Orte, so viele Orte wie die Sowjetunion verloren haben. Nur dass diese Orte verbrannt wurden in einem Gebiet 50 mal kleiner als die Sowjetunion. Diese Karte ist auch in dem Raum aufgehängt worden, wo die Parlamentskommission für die Reparationsforderung tagt. Ist von der Parlamentspräsidentin Ossantin Poulou dort auf den Fohlen. Deswegen, wenn man uns sagt, das Thema ist abgeschlossen. Wir zeigen in das Foto der Frau aus Distomo die Trauer. Wenn auch nicht praktisch die Verbrechen des Nazi-Regimes bestraft werden, wir werden in dieser Frau Ehre, die gestorben ist ohne die Freude gestorben ist. Und wir werden immer wiederholen, dass das Thema für uns nicht abgeschlossen ist. Vielen Dank und vielen Dank und vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.